Die nächsten Werkzeuge finden wir hier in dieser Reihe. Das sind die Zeichenwerkzeuge. Um hier überhaupt anfangen zu können, brauche ich hier eine neue Bildebene. Da sage ich hier einfach immer Datei neu und dann kann ich hier entsprechend einstellen, wie groß die sein soll, was für ein Farbraum, ob sie mit Hintergrundfarbe gefüllt sein soll oder ob die Ebene transparent sein soll. Wenn ich ein neues Bild erzeugt habe, dann kriege ich hier auch entsprechend diesen Karteireiter. Gut, fangen wir mal mit der Füllfarbe an. Bevor ich hier entsprechend füllen kann, brauche ich einen markierten Bereich. Wenn ich den nicht habe, dann wird die ganze Zeichenfläche entsprechend gefüllt. So füllt sich halt dann nur entsprechend jeweils der markierte Bereich. Also wenn ich jetzt hier noch entsprechend ein Oval aufziehe, gehe dann wieder auf den Farbeimer, dann kann ich hier auch schauen. Hier füllt sich das bis zu diesem Block, kann aber hier auch noch drauf gehen. Dann habe ich das Oval in diesem Rechteck drin. Und dann kann ich das Oval in diesem Rechteck drin. Vielen Dank.